Ganz tief im Innern wussten wir, dass er sich zurückgezogen hatte, um in aller Stille und ohne viel Aufhebens zu sterben. Wie ein Tier. Vielleicht wollte er dem, was er geworden war, ein Ende setzen, sich einen letzten Rest, Eigenständigkeit erhalten. Oder aber er wollte uns beschützen, auf die einzige Weise, die ihm noch blieb. Ich rechnete nicht damit, dass wir ihn noch einmal sehen würden. Und tatsächlich fanden wir ihn niemals wieder, unseren Vater.